Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, heute haben wir hier Lego Technik, das erste Lego Technik Review Video auf dem Kanal Carlos Lego. Das muss gefeiert werden und womit geht das besser als mit einem schönen blau-weiß-grauen Helikopter. Und das ist nicht nur irgendein Helikopter, der hat sogar zwei Rotoren, die man auch drehen kann, das zeige ich gleich. Erstmal gucken wir uns das genau an, er hat Fahrwerk, er hat Aufkleber, vier um genau zu sein, das hält sich noch in Grenzen. Ach ne, hier sind noch sechs auf dem Rotor, also zehn, das ist ja auch eine viel schönere Zahl eigentlich. Genau, bleiben wir mal bei der Sache, hier vorne Cockpit. Ja, Glas muss man sich ja vorstellen, hier unten ist Glas, das könnten allerdings auch Landesscheinwerfer sein, könnten aber auch die unteren Scheiben sein, dass man dann auch sieht, wo man denn landet und wenn da irgendwas im Weg ist. Genau, hier hinten auch blau, diese schönen Verkleidungsteile, hier Rettungshubschrauber ist, also Notarzt, sieht man hier dieses Zeichen, diesen roten Stern, der ist eigentlich blau, macht sich aber auf blauem Hintergrund in rot besser. Hier hinten, das hat noch eine Bedeutung, hier die Klappe kann man aufmachen, die Laderampe, sieht man zwar bloß so eine Lego-Technik-Stange, macht aber nichts. Hier, weiß ich nicht, ob das ein Auspuff ist, auf jeden Fall kann man die Klappe hoch und runter machen, geht auch genau bis auf den Boden, kann man dann schön was aufladen, wenn man was in der Größe hat. Hier, Fahrwerk, Räder drehen sich, hier das vordere Fahrwerk ist sogar zum Lenken da, da geht es dann auch mal um die Kurve, ja, ist ganz schön gemacht, hübsches kleines Modell und hier sieht man dann halt, es ist Lego-Technik, da ist auch ein bisschen Technik drin, ist allerdings nicht zu kompliziert und wenn man hier hinten dann dreht, das ist schon erstaunlich meiner Meinung nach bei so einem kleinen Modell, die Rotoren drehen sich und zwar auch noch in unterschiedliche Richtungen und wenn man die richtig schnell dreht, drehen die sich sogar ein Weilchen und man kann hier schön den Helikopter spielen. Genau, hier zeige ich ja immer gerne, wie er hier abhebt und wegfliegt und irgendwann wieder angeflogen kommt, wem es gefällt, wer auch Hubschrauber-Fan ist, der freut sich da und Let's Play-O freut sich auch, allerdings über eine andere Sache, die es auf noch gar keinem meiner Kanäle gibt, was sich aber mit etwas Glück bald ändern wird, ich verrate aber noch nicht, was es ist, ja genau, es ist ein Let's Play-O Ich bin jetzt alle wieder leise, genau, ja, es gibt auch noch ein zweites Modell, das zeige ich im nächsten Video, ansonsten, hier zeige ich nochmal ein bisschen die Technik, hier greifen so ein paar Zahnräder ineinander, hier sieht man das so ein bisschen, wenn das Licht hier schön rein strahlt, genau, da sieht man es unterm Rotor und hinten das gleiche und das wird dann mit so einer Stange verbunden, ganz simpel eigentlich, von unten kann man auch durchgucken, da sieht man, wie sie es in der Mitte dreht, ja, das Fahrwerk hier lockert sich zwar immer ein bisschen, das schlenkert dann so hin und her, das ist ein bisschen schade, aber ansonsten, wirklich schönes Modell dafür, für diese tolle Sache hier, das ist eigentlich bloß vorne, die Frontscheibe ist jetzt ein bisschen so sehr offen, gebe ich mal 8 Punkte, meine persönliche Wertung, 8 von 10, schreibt mal in die Kommentare, was ihr geben würdet, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und drehe hier noch ein bisschen die Rotoren, weil es so schön ist und tschüss.